Guten Abend, mein Name ist Werner Reitreich, darf ich mich herzlich begrüßen zum 37. netzpolitischen Abend. Eigentlich ein kleines Wunder, dass so eine aus der Community entstandene Geschichte, wo es keine fixen Strukturen gibt, schon so lange existiert und auch an einem warmen Juniabend so gut besucht ist. Also herzlich willkommen nochmal hier im MetaLab. Ich nehme an, ihr wisst ungefähr, was das MetaLab ist. Ein Hackerspace gibt es auch schon einige Jahre und wird jetzt gerade rund erneuert. Da drinnen gibt es einen neuen Estrich. Was ich noch dazu sagen muss, hier wird gefilmt. Also wer nicht im Bild sein möchte, bitte nicht diese Linie überqueren. Ansonsten seid ihr im Bild. Wir garantieren aber, dass ihr da hinten nicht belästigt werdet. So, damit das halbungsvolle Worte Ende. Wir werden heute wie immer auch live übertragen und zwar von Radio Froh in Linz, von der Radiofabrik in Salzburg und von Radio Orange in Wien. Willkommen an den Radiogeräten. Was ich noch dazu sagen möchte, es gibt natürlich für diese Veranstaltung einen Hashtag. Hashtag Netzpad. Wer twittern möchte, tut das bitte. Wer Facebook kommentieren möchte, darf das auch tun. Stream gibt es heute im Audio. Leider nicht im Video. Wir vermissen denn sonst wer unseren Streaming-Techniker sehr, sehr schmerzlich heute. Andreas, gute Besserung. Aber natürlich wird es eine Aufzeichnung geben und die werden wir dann wie üblich auf den üblichen Kanälen zur Verfügung stellen. Ja, Ablauf. Wir haben auch heute wieder drei Vorträge von je 15 Minuten, so wie ich glaube sehr, sehr spannenden Themen. Es gibt nach jedem Vortrag eine kurze Fragerunde. Da der Hinweis, bitte wartet, bis ihr das Mikro in Händen habt und stellt dann erst eine Frage. Dann haben die Leute da draußen am Stream und an den Radiogeräten auch was davon. So, und damit bin ich schon fertig. Es gibt dann ganz am Ende natürlich auch noch Lightning Talks. Was heute fehlt, vielleicht kann das noch jemand organisieren, ist das Flipchart, wo man die notieren kann. Wer jemand, wer etwas nachher noch im Anschluss kurz vorstellen, erzählen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Vielleicht brauchen wir das heute einmal auch nicht mit Flipchart und machen so. So, und damit kommen wir schon zum ersten Talk. Ich darf die Rania zu mir bitten. Die Rania ist von der Vienna Data Science Group, Mathematikerin, Datenwissenschaftlerinnen und sie wird über etwas sprechen, was mir eigentlich fast fremd ist. Ich beschäftige mich hier immer sehr viel mit Überwachung und mit Datenschutz. Heute geht es mal nicht um das Üble, was man mit den Daten so alles macht, sondern Data for Good. Und damit darf ich an dich übergeben. Du nimmst das Headset oder? Ich nehme das Headset. Verkehrt, glaube ich. Verkehrt. Genau. Ach, da bügelst du. Passt. Na wunderbar. Könnt ihr mich hören? Ja. So, ähm. Ähm.